Warum ist der Tag wie dieser so wichtig? Dieser Tag ist wichtig für mich, oder eigentlich gar nicht für mich, sondern für die Allgemeinheit, Armut ein Gesicht zu geben. Wir haben im Moment so das Problem, dass das zwar gesellschaftlich ein Thema ist und auch immer wieder erwähnt wird, egal in welchem Sender oder in den Zeitungen, man spricht über Armut, man sieht sie aber nicht. Oder man will sie gar nicht sehen. Man jongliert mit Zahlen, keiner sagt so richtig, wie viele es nun eigentlich sind. Sind es 7.000 Obdachlose oder sind es 3.000, sind es 10.000 Wohnungslose oder 17.000? Also die ganzen Zahlen variieren jeden Tag anders oder jede Woche wird eine neue Sau durch Dorf getragen, sage ich immer, oder gejagt. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen irgendwas tun. Dass dieser Preis dazu kommt, das wusste ich nicht. Sondern der Preis ist ja eine Idee von der kleinen Philharmonie entstanden im Vermächtnis von Wanda. Und Wanda ist ja eine uralte Geschichte aus Berlin, die ja ihr ganzes Trinkgeld für Obdachlose oder für Aidskranke gegeben hat. Und das wollte Marcel weiterführen. Und deswegen hat er gesagt, du kommst an die Wand. Und erst mal lacht man da drüber oder denkt, naja gut, okay, man kommt an die Wand. Aber im Endeffekt, wo sich das dann immer mehr herauskristallisiert hat, denkt man plötzlich, oh, das ist ja doch eine Riesengeschichte. Weil die ganzen Künstler hängen da, die in den Laden ein- und ausgehen. Und dann hängst du plötzlich mit einem Bild drin. Du kannst gar nichts. Du kannst nur arbeiten. Und die Arbeit ist sozial. Und 30 Jahre mache ich nur Sozialdienst oder soziale Arbeit für Behinderte, für Obdachlose, für Arbeitslose. Für alles, was irgendwo mit Armut im Zusammenhang steht. Wir spenden, wir suchen Sponsoren, wir suchen Unterstützer in dieser Stadt. Und deswegen ist es für uns so wichtig, nochmal Unterstützer anzusprechen, Firmen anzusprechen. Um einfach zu sagen, Leute, es ist ja nicht für unsere Taschen. Helft einfach. Wir brauchen Ehrenamt. Wir brauchen einfach, dass die Menschen irgendwo wieder Zutrauen finden zur zivilen Gesellschaft. Zurückführen in die Gesellschaft. Armut, das Gesicht geben. Hört einfach zu, was die Menschen erzählen. Deswegen auch der Dokumentarfilm Der Lebenswert. Der Lebenswert ist einfach nur eine Geschichte. Er jongliert nicht mit Zahlen. Er greift nicht an. Er zeigt nur einfach ein Bild. Er zeigt ein Bild von einem Obdachlosen, wie es ist, wenn man sechs Jahre auf der Straße lebt. Wenn man noch während dieser Zeit einen Schlaganfall erlebt, auf der Straße und weiterhin auf der Straße lebt. Warum sind wir als Gesellschaft nicht fähig, solche Menschen zu unterstützen, beziehungsweise eine Wohnung zu geben. Zu sagen, komm, wir nehmen euch jetzt an die Hand. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber das ist so. Diese Menschen haben Angst vor Menschen mittlerweile. Wenn sie aufs Amt gehen, wenn die irgendwo in die Behörde gehen. Die haben Angst. Die müssen jemanden dabei haben, weil sie können nicht mehr sprechen dann. Sie haben einfach Angst, diesem Staat auf der Tasche zu legen und sagen, ich gehe lieber Flaschen sammeln und schlaufe auf der Straße. Es wird jedes Jahr, wir haben eine Steigerung von 11,2 Prozent pro Jahr. Und das in so einem reichen Land wie Deutschland. Wie kann man die Gesellschaft da sensibilisieren? Was ist hier los, dass Menschen weggucken? Obwohl diese Armut ja nun offensichtlich ist, sehr auch antastbar. Was kann man machen? Wie erreicht man die Menschen hier in Berlin oder in Deutschland? Ja, die Sensibilisierung ist das Problem, dass man einfach Menschen noch nicht so sensibilisieren kann für die Armut. Aber dazu bin ich ja da. Dazu sind wir in Vorträgen. Wir gehen hin. Wir gehen in die Kirchengemeinden. Wir gehen überall hin. Wir gehen in die Schulen. Wir gehen überall hin. Leute, guckt euch das an. Schaut euch das an. Geht nicht vorbei. Fragt doch einfach mal. Redet mal mit den Menschen. Wenn ich jetzt über den Savignyplatz hier laufe, dann rede ich mit den Menschen. Da liegen manche in der Nacht um eins, liegen da und lesen Bücher. Dann muss ich mir da schon mal Gedanken machen. Hallo, der liest ein Buch. Gehe ich hin, der hat eine Kerze da stehen. Und er sagt einfach, er möchte nirgendwo hin in eine Unterkunft, weil die Unterkünfte so fürchterlich sind. Weil die Unterkünfte teilweise Bettsäle sind. Die haben Angst, dass sie bestohlen werden untereinander. Das ist nun leider Gottes so. Aber was kann die Gesellschaft machen? Die Gesellschaft muss sich rühren. Die Gesellschaft muss einfach die Augen aufmachen und sagen, so funktioniert es nicht. Wir müssen einfach jetzt Geld in die Hand nehmen und sagen, so, wir unterstützen jetzt das Ganze. Wir bauen nicht nur Flüchtlingsheime. Es geht gar nicht um Flüchtlingsheime. Es geht aber darum, dass wir vielleicht auch mal eine Einrichtung bauen für Obdachlose. Und zwar so, dass wir in Berlin irgendwann mal sagen können, wir sind auf dem Nullpunkt. Es gibt keine Obdachlosen mehr. Ob ich das noch erleben werde, weiß ich nicht. Ich bin dafür da oder ich kämpfe dafür mit vielen, vielen Mitstreitern, dass einfach diese Situation sich verändert. Es geht nicht nur darum, dass sie eine warme Suppe haben. Es geht nicht darum, dass sie nur eine Kleidung haben, dass sie frische Klamotten haben. Sicher ist das notwendig. Aber wir brauchen einfach Wohnungen. Wir brauchen Unterkünfte. Und wenn wir keine Wohnung haben, dann können wir eventuell noch Wohngemeinschaften gründen. Und es gibt durchaus Wohngesächten, die da mitmachen. Aber die haben Angst davor. Die sagen, ach nee, das geht nicht. Wenn jetzt ein Obdachloser bei uns reinkommt, dann zieht der ja so und so viele mit. Und dann weiß ich gar nicht, ob die Wohnung dann überbelegt ist. Das ist falsch. Das ist eine falsche Denkweise. Wenn die ganzen Träger dahinterstehen, die Parität steht dahinter, alle stehen dahinter. Der VdK verlangt das. Der Paritätische Wohlfahrtsverband verlangt einen Armutsbeauftragten für Deutschland. Das mag jetzt ganz merkwürdig klingen, weil man sagt, das ist ein reiches Land. Nein, sicher ist das Land reich. Aber man muss die Gelder anders verteilen. Das ist einfach das Problem. Man muss sagen, okay, soziales Leben ist wichtig. Wir brauchen ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Ich sage immer lieber 5% Hilfe statt 100% Mitleid. Also werde ich neutral bleiben und werde versuchen, was ich machen kann. Sicher ist das fürchterlich. Und wenn man das auch sieht, man nimmt das ja mit nach Hause. Man denkt, oh Gott, du lebst eigentlich ganz gut. Du hast eine warme Wohnung. Dir geht es soweit gut. Du hast nichts auszustehen. Du verhungerst nicht. Das darf man glauben gar nicht. Wenn man das macht, ist es zu spät. Also Mitleid, niemals Mitleid. Ich will nicht mitleiden, sondern ich will helfen. Und das ist mein Credo und dazu stehe ich auch. Ich will nicht mitleiden. Ich will nicht mitleiden. Ich weiß nicht. wholesaler Johnn. Ich will nicht mitleiden. Ich will nicht mitleiden.